So, hallo und jetzt bekommen wir zu einem kleinen Interview. Ähm, ja, eben beispielsweise ein bisschen hervorstander, wie man sieht, ich habe schon mal schon angeschön. Ich stelle nicht, damit die zu dem Auto ist. So. Ähm, ja, zu dem am Flamen 3, ja, zu dem 10 ist gerade wieder, bezahlen wir nichts. Ähm, das ist einfach auf dem Grund, weil ich, ja, das Gefühl hatte, dass der jetzt irgendwie nicht so gut drankommt. Ja, also dachte ich mir, von einem anderen Spiel ist etwas nicht so. Ja, allerdings weiß ich nicht so, was für die Spiele soll das Ding noch das Info-Abstumungs-Video. Ähm, ja, und zwar, weiß das Zeug auswendig, was das genau wird. So, so ziemlich, aber nicht genau heute. Ähm, und zwar, werde ich über Schreibung ein paar Spiele schreiben. Und ihr könnt mir dann in die Kommentare schreiben, oder solltet, ähm, ja, welche Spiele ich davon in welche Reihenfolge spielen soll. Also, das werden alle Singleplayer-Projekte sein. Und, ja, könnt ihr schreiben dann in die Kommentare, ja, ich will A, Spiel C zuerst, dann auch Spiel D, aber lassen wir uns bitte das Spiel A und B weg. Und, ja, das werde ich dann unter allen und unter allen, ich hoff meine Power ein. Ähm, ja, rausfinden, was so euch am besten anscheinend gefällt. Und danach das dann richten. Ähm, ja, ihr könnt mir natürlich auch noch neue Spiele vorschlagen. Und, ja, was für die Spiele ich hab, ähm, ja, einfach meine Kontrolle schreiben. Ich werde uns sagen, nein, 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 geht nicht, hab ich nicht, oder, ähm, ja, klar, haut hin, weil, äh, ist nicht so teuer, oder weil, ist nicht so teuer, oder weil, ist nicht so teuer. Und, ja, wie gesagt, alles Singleplayer-Projekte, die man eben durchspielen kann. Ich vermute, wenn wir zu ein, zwei Spiele haben, die ich dann auch nebenbei ein, zwei Mal die Woche bringe. Irgendwie einfach ein bisschen Abholzungsung reinzubringen. Vielleicht hier Bord an der, ähm, was weiß ich, vielleicht ein bisschen Minecraft, ähm, ja, Dutch, ähm, weiß ich auch nicht. Ja, genau, das war's eigentlich auch schon gegen dieses Video. Ja, also, wie gesagt, Schöpter für meinen nicht nur da, welche Spiele ihr gerne sehen würdet. Und, ja, ich versuche es ganz gut, die wirklich anzupassen. An, ja, eure Wünsche. Ja, okay, dann, was denn erst mal, ähm, dann, schütze ich mal mit Faceländer. Ich glaube, es ist zwar gut, ja. Wenn, ähm, ja, keine Kommentare kommen, dann werde ich einfach mal Spiele machen, die mir, ja, viel Spaß machen. Also, spiele dich auch selber gegen Spiele und so. Ja, okay, dann war's das jetzt erst mal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn, ja. mir nichts. Ähm, wenn mir keine Kommentare schreiben, geschrieben werden, werde ich dann einfach selber aussuchen, was ich spielen werde. Also, ja, dann, hoffe, es hat euch gefallen und bis dann. Ciao.